Ja, hallo liebe Lebensrocker, vor kurzem habe ich eine E-Mail bekommen und zwar, ja, Herr Bassfeld ist ja alles schön und gut, was wir über den Sinn des Lebens erzählen, aber eine Sache vergessen Sie und zwar, dass wir sterben werden. Also was ist der Sinn des Lebens, wenn wir am Ende sowieso alle sterben, dann ist ja von Anfang an schon alles sinnlos. Und dazu sage ich nein, im Gegenteil, gerade unsere Endlichkeit ist das, was unserem Leben einen Sinn gibt, weil es unserem Leben eine gewisse Dringlichkeit verleiht, unsere Träume anzupacken, anstatt sie stetig immer, immer wieder auf eine bessere Zukunft aufzuschieben. Das heißt eben, diese Endlichkeit ermutigt uns im Hier und Jetzt, in der Gegenwart zu leben und ist so gesehen etwas sehr, sehr Positives. Das Einzige, wo das Ganze negativ wäre, wäre, wenn du am Ende deines Lebens, und zwar noch immer das sein mag, ich wünsche dir auf jeden Fall ein langes Leben, aber 60, 70, 90, 100, 120, wenn du da am Ende deines Lebens sagst, boah, war das langweilig, ich hätte mir jetzt wirklich Besseres vorstellen können, irgendwie hat mein Leben gar keinen Sinn gehabt. Deswegen ist mein wichtigster Tipp generell immer, betrachte dein Leben, so oft es geht, vom Ende her. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du zu Rampensau werden sollst und hier auf jede Party gehen sollst und jeden Tag drei Promille und gib ihm und full stuff. Nein, ich meine, werd dir mal bewusst darüber, wie du dein Leben mit Inhalt füllen kannst. Was sind die Dinge, die dich wirklich glücklich machen? Was sind die Dinge, wo du am Ende des Tages sagen kannst, boah, was für ein schöner Tag. Bei mir ist es so, bei mir beginnt jeder fantastische Tag mit einem Hundekuss. Und es gibt für mich fast nichts Genialeres, wie morgens aufzuwachen und dann kommt mein Husky Rocky und ich kriege einen Kuss von ihm. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, das kannst du dir hier im YouTube anschauen. Ich verlinke es unten in der Videobeschreibung. Ja, und genau darum geht es eben. Also, du musst dich immer wieder fragen, willst du dich darauf fokussieren, dass dein Glas halb leer ist oder dass dein Glas halb voll ist? Siehst du Risiken oder siehst du Chancen? Und ja, du kannst dich, ich hatte einmal sowas, wo ich in der Realschule war, hatte ich Sommerferien und ich habe mich die ganzen Sommerferien darauf fokussiert. Ah, nur noch sechs Wochen, nur noch fünf Wochen, nur noch vier Wochen. Die Sommerferien sind ja bald schon wieder rum. Und das ist so einer der größten Fehler, wo du machen kannst. Ja, sondern schau, dass du dein Glas als halb voll betrachtest. Du sagst, ich bin jetzt 30, wie auch immer, aber du musst das Beste in deinem Leben, musst du immer vor dir haben. Und das ist es, was deinem Leben Sinn gibt. Und darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Wenn du das Beste immer vor dir haben willst, dann bedeutet das, du musst das, was du als allerletztes in deinem Leben siehst, nämlich der Schnellabspann, von dem immer alle sprechen, dass du dein Leben im Schnellabspann nochmal siehst, bevor du stirbst. Du musst einfach dafür sorgen, dass das der geilste Kinofilm ever wird, wenn du dir den anschaust. Wie gesagt, dafür brauchst du keine Rampenzau sein und nichts und nicht jeden Tag Party und drei Promille machen, sondern du musst einfach nur Tag für Tag überlegen, wie kann ich heute eine schöne Zeit mit meinen Liebsten verbringen. Und schon klappt das Ganze. Und bei mir sind das eben die Abenteuerreisen. Und deswegen ziehe ich auch jedes Jahr wieder los, weil das eben für mich genau das bedeutet, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, boah, was für ein genialer Film. So was unglaublich Schönes. Wirklich tolles, geiles Leben gehabt. Also, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Abonnier gerne meinen Kanal. Mein Name ist Florian Wasfeld und dein Leben rockt. Übrigens, ja, da war noch eine Playlist mit weiteren Videos über den Sinn des Lebens. Also schau sie dir gerne an. Ich verlinke die dir hier ebenfalls. Bis dann. Bis dann.